Wenn jemand kommt und sagt, ich hätte eine tolle Idee und ich persönlich glaube auch daran, das sollten wir als POC ausprobieren, kann ich jetzt zu 22 Leuten sagen, hey, wer hätte Lust und Zeit? Ja, Anna, herzlich willkommen hier zu meiner zweiten Spark Session in Live. Es ist eine tolle Sache, die Partner, die Gesprächspartner auch in Live hier zu haben. Deswegen ist es mir eine große Ehre, dich hier persönlich zu begrüßen. Wir senden heute live von der Next, unserem Flagship-Event. Und Anna, fangen wir vielleicht damit an. Wie ist dein Eindruck von der Next gewesen? Also erstmal Dankeschön, um mich hier zu haben. Ja, ich bin bisher sehr beeindruckt, so viele neue Impulse bekommen zu haben, auch so viele Technologien in Einsatz gesehen zu haben. Ich selber hatte auch heute Session zum Thema, wie Cloud hilft im Retail. Und konnte meine Eindrücke teilen, aber von anderen auch Leuten aus Retail spannende Fragen zu bekommen. Also insofern sehr viel gelernt, sehr viel geteilt. Ich freue mich, dabei zu sein. Super. Tolle Sache, dass du dabei bist. Anna, eins der ersten Themen, die angeschnitten wurden heute in der Keynote von ADEA, aber auch von Gerhard Katzmeier, war das Thema Daten und datengetriebene Organisationen. Und daraus resultieren dann auch Entscheidungsgrundlage basierend auf Daten. Wie sieht das bei euch bei Metro aus? Also ich glaube, wir sind dann vor auf dem Middleback. Also wir haben, wenn man auf die einzelnen Teams schaut, dann sind wir schon sehr gut dabei. Ja, also ich glaube, jedes Team hat soweit eine Noster-Metrik für sich definiert. Es gibt Dashboards, wo auch tatsächlich Product Managers regelmäßig hinschauen. Das, wenn man auf dem Ebene schaut, denkt man, okay, dann sind wir gut, stehen wir gut da. Nichtsdestotrotz müssen wir schon eingestehen, dass, wenn es darum geht, nach oben das zusammenzufallen, da sind wir, glaube ich, noch nicht so gut aufgestellt, weil dann entstehen die ganzen Fragen, okay, ihr schaut auf diesen Metrik, was nicht auf Wochenbasis, die auf Monatbasis, wie bringe ich das zusammen? Was bedeutet Trivenu für euch? Was bedeutet Trivenu für uns? Ich glaube, da könnte auf jeden Fall ein nächster Schritt sein, jetzt das zusammenzusummieren und auch dem Top-Management zur Verfügung zu stellen. Wenn du sagst, da sind wir noch nicht, wie trifft euer Top-Management heute die Entscheidung? Ist das eine Kombination oder? Ja, es werden schon Zahlen geliefert, so ist das nicht. Aber heute ist das immer noch so, dann wird die Anfrage zu allen Produktteams geschickt und dann werden diese Daten zusammengesammelt und harmonisiert. Was ich mir in perfekten Data-Driven-Welt vorstelle, ist, dass wirklich so ein Dashboard existiert, wo man das aufmacht und von Top-Down drillen kann und wirklich bis in die Produkte. Okay, das ist diese KPI, die trägt so viel zu diesem großen KPI dazu bei. Aktuell ist das eher so aktionsgetrieben, manuell getrieben. Okay, jetzt sammeln wir mal die Daten, um zu sehen, dass wir dies oder jenes tun oder lassen sollen. Sehr gut. Was steht auf deiner Roadmap als nächstes, um in dem Kontext noch besser zu werden? Ich hatte etwas auf dem Roadmap, was ich schon geschafft habe. Ich habe zum Beispiel bei uns Data-Analyst als Rolle eingeführt, weil ein meiner Learnings war, ich war bis vor kurzem zuständig nur für Data-Science. Und viele Leute kamen, also seit eineinhalb Jahren besitze ich diese Rolle, Domäne ohne Data-Science. Und als vier Leute in der Firma gehört haben, naja, jetzt gibt es ja Domäne ohne Data-Science, kamen die auf mich zu und haben gesagt, hey, wie kannst du uns helfen? Und ich möchte auch Data-Science haben. Aber schnell habe ich erkannt, dass da häufig Leute eigentlich sowas wie Advanced Analytics benötigen und überhaupt nicht die Machine Learning oder so. Man muss dazu sagen, Stakeholder haben sehr positiv reagiert. Die haben gesagt, gut, dann ist das kein Data-Science, dann gib mir bitte einen Advanced-Analytiker. Und dann haben wir diese Rolle eingeführt und ziemlich viele Leute für diese Rolle geheiratet. Ich habe auch dann überleert, ja, jedes Mal brauchen wir einen Data-Analyst oder nicht. Und jetzt bin ich halt dabei, für die Strategie aufzubauen, wie stellen wir uns auf, was machen wir, worauf fokussieren wir uns. Vielleicht hier vorab, mancher Zuschauer wird sagen, ja, im Metrix ist jetzt so viele Jahre, dann hattet ihr nie Analytiker gehabt. Ja, wir haben eine sehr große BI-Abteilung. Aber diese BI-Abteilung ist eher so klassischer aufgestellt in dem Sinne, die konsultieren, eher konsultieren verschiedene Abteilungen. Irgendwo in Kasachstan gibt es Kontrollen, die benötigen einen Report. Das haben die gemacht. Was ich unter Data-Analysten verstehe, die wir jetzt wachsen lassen, bei uns in der Organisation tabelliert haben, sind die Leute, die in Produktteams sitzen, die Sparring-Partner für die Entwicklung und für Product-Manager sind, die wirklich dieses Data-Driven-Mindset als Ambassador weiterbringen. Es war ganz spannend zu hören, Domain-Owner. Wie muss ich mir das organisatorisch vorstellen? Ja, wir sind grundsätzlich Matrix-organisiert. Also das betrifft jetzt nicht nur Analytics oder Data Science. Das haben wir, glaube ich, von großen Player wie Google und anderen abgeschaut. Das heißt, für Engineering war das immer schon so, dass du hast Engineering-Manager und dann Engineers, Reporter und Engineering-Manager. Disziplinarisch, fachlich gehören die aber zu Product-Teams. Und das Gleiche betreiben wir auch für Data-Analysten und Data-Scientists. Also ich bin dieses Umbrella-Function. Also ich bin ja die disziplinarische Führung für alle Data-Analysten und Data-Scientists bei uns in der Firma. Aber fachlich und Daily-Business sitzen die in deren Produkt-Teams. Warum ist das so Matrix-organisiert? Weil wir daran glauben, dass so kann ich die zusammenbringen. Ja, so sorge ich dafür, dass da gewisser Austausch passiert. So kann ich auch leichter Knowledge transformieren. Wir haben ja quasi freitags volle Sessions, die nur für uns da sind. Also für Data-Analysten, Data-Scientists. Aber auch irgendwelche Initiativen. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich hätte da eine tolle Idee und ich persönlich glaube auch daran, das sollten wir als POC ausprobieren, kann ich jetzt zu 22 Leuten sagen, hey, wer hätte Lust und Zeit? Und dann sind das zwei Leute aus diesem Produkt-Team, ein Mensch aus einem anderen Produkt-Team und dann zusammen haben wir ja schon drei Leute für POC.